Hi, ich bin's. Ich versuch grad nen Piccolo zu drücken, aber... Ja, die Burg war langweilig. Versuch ich Feuer zu machen. Noch nicht mal ein paar Schöpfe, ne? Cool, Pokémon-Karten! Ich versuche die gleich, die benötige ich gleich zu anzünden. Ein paar Karten gefunden. Findet man auch nicht alle Tage in der Wildnis. Das dürfte erstmal reichen. Und irgendwie ein paar Stöcker. Ein guter Schöpfe zum Anzünden. Ja, so! Dann kommt man! Es ist sehr wichtig in der Natur Feuer zu machen. Dass man gesehen wird. Wir sind hier wirklich in einer freien Wildnis. Nirgendwo Autos, nirgendwo Zivilisation. Mein Deutsch ist die beste Sprache. Deutsch-Schweresprache, ne? Ich kaufe sie zu Deutsch mit Türken. Ja! Ja, versuch ich mal. Weißdreck, ey! Ich habe da noch ein Feuerzeug. Ich bin jetzt nicht. Ja, perfekt! Ja, perfekt! Ich muss erstmal ein paar Karten klein machen, damit es auch brennt. Ja! Was haben wir denn hier für ein Pokémon? Voltoball. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähnelt dem Pokéball. Ja! Das Brilhaft hier. Also mein Lieblings-Pokémon. Nach Pikachu und so, ne? Ist natürlich das bekannteste. Äh, das ist auch ganz geil. Fettpacke. Für die Männer unter uns, die heute Abend einsam sind. Und für die Frauen unter uns, die heute Abend einsam sind. General! Geht mir leid, du brennst gleich. Bäh! Wie brennt ich jetzt? Das ist der Scheißwind. Wie fällt gerade ein, wir haben gar nichts zum Ausmachen. Ach, unser Kameramann doch hat das in unsere Schuhe. Die Zeugen! Was weiß ich. So, dann gehen wir mal die ganzen Karten durch. So, da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, jetzt zu lange. Müssen wir halt heute Abend erfrieren. Gibt's halt keinen heißen Fisch. Hört auf zu lachen, ihr scheiß Hohensohne. Hört auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Ah, Münz-Ambulett! Da steht ihr da drauf! Ich bin heiß! Heiß heiß, Baby! Und ihr habt nen grünen Daumen! Versuch mal die heiße Karte anzuzippen, dass sie ja heiß ist. Hoffentlich schlägt das gleich keine Bombe ein, ey. Kann ich nicht mehr treffen. Heiß, heiß, Baby. Meine Güte, das ist ein schlechter Scharfschütze. Mensch, Mensch, Mensch. So schlechten hatte ich noch nie gehabt. Der kann er gar nicht treffen, Mensch. Ist doch wieder daneben. Cool, die Karte wirbt sich auf. Äh, ist nicht daran, dass ich auch... Heiş… 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 A stall... Ja, ich krieg' gerade einen Blowjob, was ihr leider leider nicht seht. Weißt ihr doch… Dann gehe ich mal wieder. Ja, ich hab doch weiter, ihr will doch weiterlaufen. Scheiße, Scharfschütze richten mich auf. Ich rutsche nochmal. Jetzt. 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 Vielen Dank.